Ach, mir tot. Ja, Matze, das geht rund hier. Oben in der 3. Wenn du Treppe hochkommst... Rechts, erste Tür links. Und hinten am Market-Room ist nochmal ein 2. Das war mir klar. Also wenn wir da hochgehen, dann müssen wir schon ein bisschen zusammenbleiben. Das war jetzt nicht so clever. Oh, ich hab einen gekillt. Achso, das war der. Ja. Ach Gott. Am Anfang, ne? Ja. Ich hab die Tür zugemacht! Da hat's auch eine Granate rein schmerzen eigentlich. Ja, es war klar, da stehen. Ah! Gott, das ist geil! Ich gucke da. Ja, ja. Ich bin ja bei dem Typen, der halt... Wir sind noch draußen. Ja. Ich geh mal aufs Dach. Ja. Alter! Das war ich, sorry. Nee, das war ich. Alter, Junge, bist du beklackt? Nein! Weil du saß, guck mal an Vicky, ich bin reingezappt und hab geschossen. Jetzt wissen die alle, wo wir sind, Alter. Dann bewegt sich am besten jetzt erstmal keiner, vielleicht kommen die ja hier rein. Ich bin auf dem Dach. Ja. Geil. Da hat noch was Lauteres, ich schossen. Na, das war ich nicht. Ich hab Schall gedämpft. Ja, du, das war ganz schön laut. Also, ich stehe ja neben dir, das war... laut. Die sind noch draußen, auf jeden Fall. Ja. Und nicht jeder Schalldämpfer... Oh, shit, Alter! Was? Nee, ich bin hier. Lass mich rüber, ich bin... Alter, wie die kaputten, Alter. Ins Gef. Schon geht's los. Schießen sich gegenseitig über den Haufen. Jeder will der Erste sein. Kriegst du das mit einer Angst zu tun, jünger? Schieß bütig. Wer hat denn dich erschossen? Äh... Keine Ahnung, ist schon weg. Also, ich hab schon... schon weggedrückt. Wo liegst du genau? Ähm... Direkt, wenn du... Wer hat beschossen? Bei dem Zaun durchkletterst. Muss er irgendwo oben im Busch sitzen? Da stoppt drin. Ja, ist in der Hütte drin? Keiner von euch, oder? Aber... Hab einen. Einer Minus. Ich komm jetzt auf der rechten Flanke hoch. Mats, ich bin neben dir, ne? Da lieg ich. Okay. Da lieg ich irgendwo. Er ist unterm Strompfeiler direkt. Klaus? Klaus, bist du durch? Ja, 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 ja. Da liegt der Pratsche... Ah, ich bin down. Wer schießt? Headshot. Hab ich gekriegt. Danke. Von wo? Von wo? Da rennt einer. Holz? Oh, kommt Treppe hoch bei mir hinten. Sein Kumpel ist noch unten. Zwei, ne? Zwei, ne? Es sind zwei hier unten. Wo bist denn du jetzt, Matze? Bist du da sicher? Der hier steht bis an der Treppe, Sascha? Nein, 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 nein. Ich bin im Bad. Ich habe ihn beschossen. Hat mich aber wieder getroffen. Sag mal, wo? Ähm, die Straße, wo der Panzer ist. Ich sehn. Oh, es sind zwei, es sind zwei, es sind zwei, glaube ich. Wo schen die uns? Ja, ich glaube. Alter, ich habe auch keine Heilung mehr groß. Ich könnte dir ja was geben. Bei mir am Körper ist auch einiges noch. Aber da kommen wir nicht ran. Schießt du? Ja. Hast du ihn? Ja. Einer Minus. Dann links, glaube ich, noch einer gewesen. Da hast du noch erwischt. Ich finde eine Granate. Ja, aber wenn denn wegrennen... Nein. Na ja, gut. Ich habe ja dann nachher noch Granaten geworfen. Da liegt er. Doch. Du hast ihn. Das müsste doch sein, oder? Status tot? Was ist denn das für ein Scheiß-Status? Das ist einfach nicht. Das ist einfach. Ich mache das durch. Ich mache das nicht. Ich mache das nicht. Ich mache das nicht. Der Neue geht es selber. Ich mache das nicht. Boah, uns links rennt was. Oh, ich bin tot. Im Lager drin. Ja. Ein Spieler. Du bist ja im ersten ML, ne? Genau. Hier auf der Treppe ist noch einer. Weißt du, du hast es zum Schnellschießen, ne? Oder oben. Ist jeder in die Badwärtser reingekommen. Spieler. Warte mal. Ja, ich hör's. Ja. Down. Minus. Ja. Na ja, ich hab die Treppe im Auge Matze. Okay. Okay. Down. Sch*** die Wand an. Zawotny. Mist Hund. Zawotzki, ne? Wer sind die Typen? Zawotzki oder sowas. Zawotzki. Ich hab den Schuss gehört. Was? Wen hab ich erschossen? Ich. Hast du wieder gequatscht? Ja. Ja, du bist das selber schuld. Was quatscht du wie ein Skeff, Alter? Das hast du jetzt selber zuzuschreien. Warum? Ich versteh das nicht. Ich dachte, da kommt ein Skeff. Ah. Die Leute. Komm, wir laben uns. Ja. Ich hab ihn schon geschröpft. Boah, hier. Zu viel einstecken, ey. Kann ja gar nicht alle mal mitkriegen hier. Boah, sag mal. Was wird alle gesammelt? Alter, unser eins ist total leer. Das gibt's doch gar nicht. Ich hab den Tratholz-Steps gehört. Ja, klar. Per Steps? Hast du Pay-Kelle genommen? Ja. Die Steps kommt von da, vom Admin-Beule, würde ich fast sagen. Kann halt mal nach Per Steps. Läufst du? Nein. Okay. Links und rechts für euch Steps. Geff sein. Glaube ich fast nicht. Ja, hier was rennen. Das ist kein Skeff. Das ist ein Schuss. Ist der da? Der hinter uns. Ja? Hinter uns hab ich Steps gehört. Okay. Copy. Jetzt hat einer angelegt. Hast du… Wo? Direkt… Du läufst direkt drauf zu. Ah, du hast ihn. Er ist tot. Nice. Schön. Matze. Prima. Okay. Rechts von uns ist was. Achso. Boah, ich bin weg. Ich hab dich gerecht. Hi. Nicht mehr. Ja. Ich mache mich wieder zu. Es ist egal. Aber jetzt hinsch워요. Ich mache mich. Ich mache euch anzugleiche. Ich mache das. Es geht dich. da los dann lass uns jetzt drauf machen unten kontakt hat uns gesehen oder bemerkt ich rennen links hoch genau ich auch ich rennen runter klaus ja hast du kontakt nein doch da oben oder unten sprechen wir doch nicht mit mir ok ich bin da einmal kontakt zweimal kontakt naja du bist da ok ok standst du am baum klaus nein ich stehe am baum der müsste tot sein oder ja irgendwo liegen hier ja vor mir hier im baum hier liegt die alte sau ich da oben ist der nächste da oben läuft der nächste über die straße nach rechts weggelaufen im wald da oben hinten hinter dem bäumen ich buschen den hund ich buschen jungs ich muss mich erst flicken der ist hinüber yes sauber freude ja ich sag's ja nur ungern aber du bist gestorben ja das wird ja auch mal zeit ey es kann ja nicht die ganze zeit so gut gehen die kisten angucken ey hier stil echt klopapier im klo ach ne das ist das steht immer hier ich dachte das ist was zum mitnehmen was denn wenn du dir die kisten so anguckst dann äh die sind so riesig aber ja meistens komplett leer oder nur eine sache drin das ist tatsächlich ja denkst du auch so ja auch au 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 ich krieg aufs mal es war mir doch sowas von klar alter au 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 schmeiß schnell die iska lunchbox raus ich hab ich hab doch ich hab heilung alter aber er hat nur dich gesehen also wenn er kommt blicken wir ihn um eiskalt er ist schon da scheinbar mehrere zu sein oh scheiße bei mir was heißt bei dir eingang achtung die rennen rum die rennen rum wer ist denn wer ja jörner nicht sind hier vorne am zelt matzer ab dem kopf hören matzer ab dem kopf hören matzer ab dem kopf hören beugel wo bist du ich bin hier auf dem ach komm auf den kisten auf den kisten neben dir rechts einen hab ich ok matzer ich bin hier rechts und hier ne da kommt einer hinter mir ich hab schon den anderen links der ist minus los ja dort ist auch max genau dort hast du hm wie ja ですね ja 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 Bis zum nächsten Mal.